Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest tiefer hinein, anzunehmen bei Shandris Mount Raider in Nasjatar, normalerweise in diesem Gebiet, aber da sie euch verfolgt, vermutlich in ganz Nasjatar, normalerweise nimmt man sie an der Position an, wo man die drei Vorquests abgegeben hat. Das ist nochmal davon gekommen. Dann Stürmung der Macht und dunkle Gezeiten. Das sind die drei Vorquests von dieser Quest hier. Die Quest ist angenommen. Nun darf man sich zu diesem Punkt hier begeben. Es ist nicht weit und wie man sieht, darf man in diese Höhle hier hineinlaufen. Also das war jetzt Zufall, dass ich gerade in der Nähe war. Ich hätte auch woanders sein können. Also hier in diese Höhle laufen, der Grotte oder Loch, nennt es wie ihr wollt. Höhle. Okay, es ist in Höhle. Quest ist dann abzugeben, bei Lady Jaina Bachtner in Nasjatar, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffen, mein Video konnte euch helfen. Ciao. Ciao. Ja. Ciao. Vielen Dank.